Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. Ich habe mir vorgenommen, dass du Spiel laden musst, ja. Einmal zu gucken, ob ich die Sehmen in den Chip finde. Und andererseits wollte ich, wenn es zeitlich passt, hier rüber die Düsternissen erledigen. Und hier dieses kleine Gebiet hier vielleicht auch noch aufzudecken und da die Düsternissen wegzumachen. Und ich würde einfach mal sagen, ich gucke zuerst hier hin. Ach, wenn der Weg lang wird. So, unterwegs soll ich ein bisschen was einsammeln. Was so normal rumliegt. Das kann ich hier, glaube ich, später noch gebrauchen. Ähm, ich glaube, es läuft hier total falsch. Hm, vielleicht auch nicht. Das ist dann eine Höhe. Es gibt zumindest einen Weg. Sieht auch der Kater manchmal komisch aus. Ach nee, es geht einfach hier hoch. Seltsame Darstellung. Egal. Also. Ach ja. Farm ausbauen steht ja dann auch noch an. Da ist eine Miez. Da muss ich auch noch ganz viele sammeln. Apropos Miezen. Es gab ein kleines Update zu den Miezen, habe ich gesehen. Es gibt jetzt mehr als für das Quest nötig. Ich muss mal gucken, ob es beim Crafting jetzt irgendwie Neuigkeiten gibt. Hm, Öl. Kleber. Oh. Oh. Und Nägel auch. Oh. Uh. Oh, dann wird das ja alles ein bisschen einfacher. Das gefällt mir. Hatten die Update News recht. Und es ist jetzt auch nicht so schwer, das Zeug herzustellen. Wie ich das gesehen habe. Gut, gut. Kann ich mich dann bald dran machen, um Brücken zu bauen. Und natürlich meine Tierfarm zu erweitern. Wenigstens einer. Vielleicht noch eine zweite mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich auf allen Farm überall Tiere hinpacke. Scheint mir ein bisschen übertrieben. So. Ein paar Blümchen einsammeln. Oh ja, Stöcke. Wenigstöcke. Muss dann wahrscheinlich mal ein paar Bäume fällen. Brauchen wir ja alles. So. Hier ist schon die Hafenstadt. Noch mehr die Haaren. Wo war eigentlich hier der Händler? Wenn ich einmal hier bin, kann ich gleich mal gucken. Wo? Doch da! Achtung! Wie ist das jetzt runterfalle? Um dich zu retten? Kleine Wiese. Das war ein sehr hübscher Sprung. Ja. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ach ne, Moment. Ja. Ich springe und er fliegt drüber. Ist ja lustig. Wenn das so geplant war. Jetzt springen klappe ich nicht so wirklich. War hier nicht eben noch eine Katze? Oder hat er die im Sprung einfach... ...verjagt? Seltsam. Warum sehe ich nirgends wo ein Händler so geworden? Na nun. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich komm nicht näher ran. Ah, sieht schön aus. So, kann ich das hier weg machen? Ja, locker. So. Kann ich auch mal gucken, was hier drüben alles ist. Auf jeden Fall eine Person. Und das ist die gute Seemann in Japan. Hallo! Hm, ob das wohl... Ob man das wohl weiß kann? Jojo, Kunzeo! Ja, der ist bestimmt bist... Ah, hallo! Freut mich, dass du gesund und munter bist. Mir geht es auch gut. Ich habe mich bis zu dem Dorf da drüben durchgeschlagen. Und stellte sich heraus, da leben lauter Küche. Mann, ist das Essen so gut. Ich sammle Zutaten für einen neuen Eintauf, an dem ich's tüftle. Nun, sag ab dem Bulle bitte, dass es mir gut geht. Er kann gerne mal vorbeikommen und meinen Eintauf probieren. Hey, hier geht's auch gut. Das ist schön. Und dann kann ich dann auch zurück zum Kapitän und berichten, dass alle noch glücklich und zufrieden sind. Und auf den Felsen würde ich eigentlich auch gerne, oder? Ich sehe zumindest jetzt keinen Weg dahin. Schade. Ach nicht. Na, der ist mir... Nein. Nein, nein. Aber die Semenile gefunden, das ist schon mal was wert. Und ich würde gerne den riesen Tentakel besuchen. Aber mit dem kann man nichts machen, außer versuchen ihn zu angeln, habe ich jeweils Wasser schon sehr tief. Und jetzt bin ich vielleicht noch nicht ganz so offen. So, wir sehen, wir haben einen Jib gefunden, da es dann noch eine Düstern ist. Was machst du denn, was tauscht du denn ein? Ach ja, das war der, der Fische zum Minzen verarbeiten können. War der nicht eigentlich woanders? So. Du, du, du. Gar keine Musik hier. So. Ne? Ich muss wohl erst nach oben. Ach, da ist auch noch eine. So und abeinander? Okay. Okay. Und jetzt. So. Zack. Ach ja. Hier können wir Bäume pflanzen. Ich mache jetzt einfach mal. Machen sahen. Und sogar mehr auch. Cool. Nimmchen. So. Und du noch weg. Ach, das gehört schon wieder zum Fleckenbaumwald. Oh, was könnte ich denn hier bauen? Eine Farm, bestimmt. Ja. Na, dann bauen wir den mal ab. Ist wieder eine Aufgabe erledigt. Hm. Auch schön. Hm. Richtig schön hier integriert. Aber irgendwie immer nur Tierpflege. Ich hätte gern so automatische Pflanzen. Aber anscheinend kann man das nur zusätzlich bauen. Bisschen schade. Entschuldigung. So. Aber eigentlich würde ich ja da hin. Gibt immer noch so viel zu eindecken. Na. Und ich muss unbedingt mal ein paar Bäume fällen. Hab jetzt auch kein Holz mehr. So. Hier gibt es eine Höhle. Den machen wir auf. Huiiii. Oh, nur eine Kiste. Oh, wieder nur ein Scham. Oh, ich dachte hier ist irgendwas cooles. Aber. Nee. Aber das Wasser kann jetzt ungestillt fließen. Und ich hab ähm. Dix. Die ganze Düsternis im Gebiet weggemacht. So. Das war diese komische Steinbrücke. Das ist dann irgendwas so. Was denn. Ich hab hier auch noch. Düsternis und Index. Stimmt. Ich wollte ja hier hoch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier komm ich doch rüber oder? Ja. Wunderbar. Guck mal. Dann guck ich mal ein bisschen in die Richtung. Oben drauf bestimmt. Kleine Mietz. . Wenn man raufkommt. Nicht runterrutschen, nee, geht doch. Da und da ist er. Hallo, kleine Mimis. Boah, die schnurrt aber. Noch ne Diestenis. Zack, oh, die hat schon 13 gebraucht. Ich hab ja zum Glück schon 19 Geister eingesammelt. Gucken, ob ich irgendwann noch mal alle habe. Ach, wieder ne Kiste. Oh, ein Kopftuch. Aber das möchte ich nicht. Ich behalte meinen Zylinder. Oh, noch ein Buch. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Niemand hat mehr die königliche Familie gesehen, seit sich die Verbreitung der Düsternis verlangsamt hat. Und um das unschuldige Kind fürchte ich am meisten. Keine Angst, dem Kind geht's gut. Nur den Eltern leider nicht mehr. Zack. So. Da ist noch ne Kiste. Da ist mein Rucksack schon wieder voll. Oh Gott. Ach ja, ich weiß, komm schon Shampoo, ey. Das regt mir schon ein bisschen auf. Ach, nicht was sie abwerfen. Uh, ein exquisiten Kuchen. Kuchen. Kuchen Geschmack. Oh, noch eine Bombe. Oh, schöne Mitz. Oh, ich habe gar keine Pilsäme mehr da, na gut. So. Nach, nemiess. So. Sooo, Öle leergefickt. Das ist hier drin. Das ist ein interessanter Fels oder auch? Da wächst ein Baum, einfach im Wasser. Cool. Ich könnte mir die Raketen ablegen. Schlepp' ich da endlich immer noch mit mir rum? Ach, die sind wichtig, ne? Ich weiss gar nicht, ob wichtige Items auch zählen. Ein Geist mit einem Quest? Ne, das hör' ich mir doch mal an. Ah, ich soll einen Schrein reparieren mit Lian und zum Glück hab' ich genug zu sehen. Na dann, auf geht's, reparieren wir den Fleckenbaumwaldschrein. Oh, der sieht ja schon besser aus. Hallo, Sarp. Es ist schon lange her, dass sich ein Geister sich um den Schrein gekümmert hat. Ah. Am liebsten würde ich mich dir anschließen, da unsere Schreksale wohl verbunden sind. So. Und wieder ein Geist mehr. Jetzt hab' ich schon 20. Sieht aber echt gut aus. Reparatur hat sich gelohnt. So, was ist denn das hier? Ist bestimmt Teil einer Quest. Die ich bislang noch nicht gefunden hab'. Hm, wenn ich jetzt da runterspringe, komm' ich bestimmt nie wieder hoch. Oder? Doch. Was ist denn das hier noch immer was gewesen? Was davon ist meine Farm, ne? Na, hier könnte ich... Ne, da ist ein Quest. Und ein Quest. Ne, ich bin voll. Na gut. Was soll ich denn machen? Ah, ich bin... Immer noch. Hä? Zeiumsaum. Na gut, ich hab' nur noch einmal. Dann können die auch weg. Immer noch. Immer dasselbe. Da. Na gut. Das noch in den Schapko. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Ich pack's einfach jetzt weg. Ist mir egal. Nein, das ist es nicht. Da drunter ist es nicht. Oh, hallo Junge. Oh, hilf Opa mal. Hast du meinen Bombex gesehen? Es ist klein, braun und, äh, bumbexig. Was gehen denn hier an? Hat große Hörner. Hinde ein Bumbex und bringe es zurück. Ich bringe das einfach mal zurück. Mal gucken, was er sagt. Bestimmt nichts, weil ich das Richtige finden muss. Ah, die machen lustige Geräusche. Ein schönes Bumbex hast du da, Kleiner. Sieht aus wie mein Bumbex. Lass mal sehen. Ja, ja, ja. Nein, ja, nein. Das ist nicht mein Bumbex. Seine Hufe glänzen zu sehr. Nicht aufgeben, Kleiner. Ich bin sicher. Diesmal findest du es. Hat eigentlich eine Karte irgendwas angezeigt zum Bumbex? Ne. Meine Güte, am Ende hat er hier einen riesen Bumbex-Vorrat. Ich geb' ich das mit. Ich geb' ich das mit. Jetzt tut das besser. Da sind schon zwei da. Ist aber gut zu wissen, dass man auf mehrere Tiere auf einmal durch die Gegend kranen kann. Sieht an, Kuro? Nein, eine Wolke, die hast du idealen Fisch. Ähm, Leder und Hose? Nein, das wüsste ich nicht. Hallo, ein Bumbex. Genau da noch suche ich. Lass mal sehen. Ja, ja, nein, ja, nein. Das ist nicht mein Bumbex. Seine Hörner sind zu spitz. Nicht aufgeben, Kleiner. Ich bin sicher. Diesmal findest du es. Hier ist noch eins. Wusstest du das Bumbex sehen können? Nein, 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 warte. Das ist mein Bumbex. Sein Fels zu weich. Danke, Kleiner. Ich liebe meinen Bumbex. Hier hast du einen Lederbums und eine felzgefütterte Hose dafür, dass du mir mein flauschiges Bumbex zurückgebraucht hast. Yay. Er hat seinen Bumbex wieder. Und ich hab noch voll viele Aufgaben wie ich. Wird ich es nicht aufgeben? Hä? Ich hab nicht genug an meinem Platz. Und deswegen kann ich es nicht anziehen, weil ich es nicht genug Platz habe? Da hat der Entwickler nicht ganz mit gedacht, glaube ich. Ach, hätte ich jetzt schon Unterstände auf meiner Farbe, dann würde ich sie da hinbringen. Na, na gut. Mal meinen Vorrat wieder auffüllen. Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp. Die Töpferei Frostfeuer habe ich gefunden. Ich krieg erst mal einen Baum. Hey, Tontöpfe. Ich hab zwar keinen Platz, aber das krieg ich schon zu sammeln, irgendwie. dass das da passt. Ich verkaufe dann vielleicht irgendwas, was ich schon brauche. Ach doch, einmal Platz hab ich noch. Hä? Warum konnte ich denn denn das Lederwarms nicht anziehen? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. So. Was kann man noch verkaufen? Das hab ich gar nicht. Nein, Eisenbahn. Ja. So, jetzt hab ich wieder Tontöpfe. Ich gucke gleich mal. Na, die kann man gar nicht herstellen. Ich hab keinen schwarzen Farbstoff dabei. Na gut, dann nehm ich mir das auf. Was kann man bei dir eigentlich umwandeln? Ja. Ach, du kannst aus Tontöpfe machen. Hätt ich mir eigentlich denken können. Heißt ich gar nicht, kaufen brauche ich der... Na, egal. Schupper sind die Wirtschaft gefördert. Aber warum die hier ihren Platz haben? Vielleicht wird's so erträglicher. Mit dem heißen Ofen und alles. So, ne Minze. Noch ein Bohm. Das sind ja schon fast alle. Achja. Die Bärenhunde. Und noch ne Mietz. Ich hab dich gerettet. Das ist unglaublich, wie sehr die schnurren. Oh. Oh. Hallo Duis dennis. Tschüss Duis dennis. Oh. Hallo Duis dennis. Tschüss Duis dennis. Oh. Da ist noch ne Mietz. Hab dich gerettet. Ja, wie auch immer du hier reingekommen bist Anscheinend können Katzen das So, was sagten die Karte Ziemlich viel entdeckt mittlerweile Das ist schön Und Noch ein Regenbogen Shampoo Wow Wenn ich einmal hier In der Nähe zu sein, ist eigentlich echt praktisch Oh, da ist es noch Das denn ist Ja, der Nähe ist ja der Braumeister Ja, noch eine Steinbrücke Und da dann auch noch was Ja, Mann Hauen wir mal Steinbrücken Sternriesen-Vorrat bauen Steinsäunen und Steinbögen Irgendwas hat gepiepst Ja, hier ist es doch schon Cool Dann kann ich ja jetzt noch zum Braumeister werden Weil hier ist ja auch gleich noch eine Farm von mir Miii Da kann ich das Zeug reinwerfen Der Wolkenfänger leuchtet bis hier Gleich mal unnittriges Zeug abwerfen Die Produktionskiste Und da ist Hüps Falsche Taste So Boxack Spektrum Shampoo Regenbogen Shampoo Kopf Auto Ja 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 Den Rest mach ich gleich Brause 1 2 3 4 4 5 4 4 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 Der 1 1984 19 12 24 16 30 15 16 16 22 nicht so ein bisschen so dann geht mal gehen wir jetzt noch schnell gut gemacht du hast als frau die künste der berufsbezogenen jede gemeistert noch mehr ist nicht zu sagen so meisterabzeichen brauner farbstoff grüner farbstoff orangener farbstoff rosa farbstoff lieder farbstoff grünes feuer asche shampoo raunes shampoo kupfershampoo und das war's noch mal nun gut ich hab immer noch ganz viel offen ja mal so als überblick da fehlt noch ein bisschen was geistern und aufgaben mir fehlt noch eine düsternis wo auch immer die ist die beiden muss ich da noch weg machen das hier und hier gibt es irgendwo eine farm anscheinend die ich noch gar nicht gefunden habe obwohl jetzt steht zumindest 0% also sollte es ja eigentlich eine geben also ist noch ein bisschen was zu tun und zum kapitän muss ich auch noch zurück und nochmal den angelwettbewerb probieren ob da jetzt irgendwie was besser ist vielleicht wir haben es einfach nur verpackt und hier den stein der weisen muss ich eigentlich überall noch finden wo ich es immer nicht aufgedeckt habe oder ja und hier ist auch noch ein bisschen dunkel naja naja gut da könnte tatsächlich noch was sein muss ich dann auch nochmal hingucken also noch genug zu tun genug zu entdecken und zu suchen ich speichere jetzt einfach mal wie immer oh da steht sogar da wie viel schon abgeschlossen ist jetzt habe ich 68% wobei ich mir nicht sicher bin ob das nur für die Abzeichen geht wer weiß wie viele Katzen habe ich jetzt eigentlich das würde ich eigentlich auch noch wissen irgendwann werde ich mit der Steuerung klarkommen und dann habe ich alles durch so Katzenfrauen ihre 55 Katzen ich habe ist leider nicht so zusammengefasst aber bei einigen fehlen tatsächlich noch alle mit dem Sommer langen Schwanz ansonsten ist es ja immer noch so eine und Schneeweiß na gut sieht gar nicht so schlimm aus finde ich okay dann verabschiede ich mich jetzt wünsche euch noch einen schönen Tag und ja auf wiedersehen ja 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 ja